Namaste, mein Name ist Irmgard Knote und ich komme aus Frankfurt, Germany. Ich komme seit zwölf Jahren in dieses Ressort Manalteram, gehört zu der Somaterall Gruppe Somaterall. Dieses Ambiente hier ist wunderschön, sehr grün, sehr offen. Und weil ich eigentlich richtig gerne hierher komme, ist wegen den Behandlungen. Die Behandlungen sind wunderbar. Sie können für Ihren Körper eigentlich nichts besseres tun als solche Behandlungen, die Sie sonst nirgendwo finden. Und das Essen ist perfekt. Ganz viel, also verschiedene Sachen, die geben sich wahnsinnig Mühe. Und außerdem ist noch schön Yoga, Meditation und das Zimmer. Sie haben einen Cottage und das ist ein großes, rundes Zimmer. Sehr sauber, wird jeden Tag geputzt, wenn Sie wollen. Sie können auch jeden Tag frische Bettwäsche haben. Und das Ressort gibt sich große Mühe. Sie machen gegen Covid, werden alle Regeln eingehalten. Im Badrum sind keine Plastikflaschen mehr, nur noch kleine Glasflaschen für Bodylotion, für Shampoo, für Cremes, für alle Sachen. Und deshalb komme ich eigentlich seit zwölf Jahren her, weil das ist für den Körpergeist und für den Body das Beste, was Sie sich eigentlich antun können. Da brauchen Sie keinen Arzt mehr in Deutschland. Und dann halt die Freundlichkeit der Leute, das muss man auch dazu sagen, sind sehr freundlich und geben sich sehr, sehr Mühe. Und nochmal auf das Essen zurückzukommen, wenn Sie nicht nur vegetarisch wollen. In Manal-Theram werden alle Vorkehren gemacht für die Covid-19. Alle Regulations sind sehr gut hier organisiert. Namaste. Vielen Dank.